einen wunderschönen guten morgen wir haben tag 3 es ist sonntag der geht auf den geißberg laut plan sind es 24 km wobei da die großteil bergauf geht der erste teil bergauf bis zur geißberg spitze der wird der heftigste dann gibt es einen abstieg von 800 höhenmeter und dann geht es mehr oder weniger eben sechs kilometer in die stadt das wird glaube ich dann relativ hart mit den drehschuhen ich gehe jetzt frühstücken packt den rest noch ein in die taschen dass ich dann nur mehr aus checken braucht das 945 stadt und ja ich hoffe ich kann euch ein paar bilder wieder liefern gestern mit dem festungsdreh war das ist nicht so gut gelaufen mit der bilder aber ok macht nichts kann passiert bleibt es dann wir sehen uns schauen wir jetzt noch das wetter an und frühstücken und ja viel spaß so in 30 minuten geht es los für die schnellsten verfolgungsrennen 45 minuten startet der rest es fühlt sich die leute verkommen ja wir haben noch ein bisserl zeit kaffee habe ich schon drin zwei kaffee drei kaffee wir kommen in die letzten 20 sekunden das sind die beiden führenden die in dieses rennen gehen es sind die ersten sekunden für die beiden salzburg ich brauche eure unterstützung für die letzten zehn neun acht sieben sechs fünf vier drei zwei eins so war mir dazu entschlossen auszusteigen bei der labestation es hat keinen sinn das hat wirklich keinen sinn konditionell ja körperlich mein linkes bein spielt nicht mit die achillessinne meldet sich durch das berg auf jetzt oberschenkel meldet sich der krampft schon leicht und ich hätte jetzt noch das ist 14 km vor mir mehr so 17 und somit hat es keinen sinn so ich war jetzt noch mein hotel und meine sachen geholt bin mit mitarbeiter vom team wir haben ihn quasi zurückgebracht zum zielbereich ich wollte es wirklich durchziehen aber nach dem ersten massiven anstieg bei kilometer 7 oder so oder 8 wenn schon so probleme bekommst du musst noch 17 km vor dir es hat absolut keinen sinn dann war ich wahrscheinlich bei kilometer 14 zusammenbrochen da war gar nichts mehr gegangen so das heißt für mich saison abgehackt saison ich kenne jetzt meine schwächen ich weiß warum ich arbeiten muss jetzt geht es einmal ab nach hause und dann überlegen wir die weiteren schritte so das ist jetzt meine erste laufrunde nach dem salzburg debacle ich habe jetzt zwei tage pause gemacht jetzt mein erstes kurzes fazit zur veranstaltung die veranstaltung selbst super kann man nichts dagegen sagen ja gut die verpflegung hat jetzt nicht das niveau von innsbruck aber es ist vollkommen in ordnung auch das eventgelände mit food trucks und so ist okay vielleicht fahre ich nächstes jahr wieder diesmal aber anders vorbereitet dass man weiß was auf mich zukommt ansonsten kann ich an jedem nur empfehlen dass er dort hinfährt dass es sich das einmal gibt und wenn es nur der festungs trail ist okay gut da habe ich ein bisschen abgekürzt ungewollt aber ja was soll man machen kann passieren passiert mir wenn ich das nächste mal wieder hinfahren nicht mehr das mal weiß es so ich laufe jetzt einmal weiter wie weit noch weiß ich nicht schauen wir mal so und jetzt einmal zu der frage und zu der antwort warum bin ich jetzt im herbst so kolossal gescheitert bei meinen vorhaben das frühjahr war ja ok nur der herbst oder herbst ich konnte jetzt viele 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 gründe aufführen warum ich so abgekackt bin im endeffekt war es einfach ich habe den fokus verloren ich war mental nicht mehr dort wo ich vorher war warum wieso weshalb ist eigentlich egal einfach wie gesagt mental war ich nicht mehr auf der höhe bin ich auch noch nicht da arbeite ich aber jetzt dran also meine größte schwäche das mentale und ja das heute war der beginn des winter trainings quasi jetzt habe ich den 3, 2 tage pause gehören wenn man sich nicht bewegen hat müssen. Jetzt muss ich noch so den Schlaf wieder rausreißen. Was steht dieses Jahr noch an? Was ist geplant? Veranstaltungen keine. Die nächste Veranstaltung ist im März der Lindkugeltrail. Das heißt, da muss ich jetzt schon anfangen mit dem Training. Da geht er auf 35 Kilometer. Da wird mir das wie in Salzburg nicht passieren. Das weiß ich. Dieses Jahr steht noch an. Ich will auf jeden Fall noch Marathondistanz laufen. Für mich, das muss ich einfach machen, dass ich sagen kann, ich kann es. Dass ich mir das selber beweisen kann, dass ich es kann. Und wenn ich das am 31.12. mache, ist mir wurscht. Da war auch nicht der Jahresabschluss noch. Das war es eigentlich. Und wir sehen uns demnächst wieder. Ich meine, wenn es heißt, ich beginne jetzt mit dem Wintertraining richtig. So, ja, das war jetzt mehr oder weniger mein Saisonabschluss und der Beginn des Wintertrainings. Ich muss jetzt schon anfangen, weil ja im März dann der Lindkugeltrail stattfindet, wie ich vorher schon gesagt habe. Wie ich am mentalen Arbeiten werde, weiß ich noch nicht. Aber ich bin dran. Wie ich vorher schon erwähnt habe, ich bin noch nicht ganz auf der Höhe. Das zweite Halbjahr, das erste Halbjahr war ja gut. Aber das zweite Halbjahr hat mich eben ein bisschen mitgenommen, mental. Ja, aber davon erzähle ich dann sicher noch in anderen Videos mehr, bzw. wie es dann weitergeht. Mein Training ist mehr oder weniger schon vorgeplant für die nächsten paar Tage. Fakt ist, mein Gewicht muss runter. Das ist Fakt. Sonst stellt es mir nächstes Jahr im Frühjahr wieder auf. Fakt ist, dass ich wirklich daran denke, nächstes Jahr wieder nach Salzburg zu fahren. Diesmal aber anders vorbereitet. Diesmal lasse ich die Wachau weg, lasse ich alles weg und ziele explizit dort auf Salzburg hin und auf sonst gar nichts anderes. Wird auch bedeuten, ich würde Stöcke benötigen. Aber wir werden sicher irgendwo wen suchen, der mir das zeigt. Ich habe das eh schon mal gesehen bei einem kleinen Workshop, aber trotzdem. Das heißt, das gehört auch trainiert mit den Stöcken. Ja, das war es eigentlich für das Erste und wir sehen uns demnächst wieder. Bei uns heißt, Runde rollt weiter. töten. Also8schools. 4 0 Ab день, 3. Nächste Brunnen. 3. Nächste Brunnen.